Das ist das Ehepaar Meier. Die Meiers haben ein älteres Häuschen gekauft. Das Haus entspricht zwar nicht ganz den Vorstellungen der Familie, aber die Angebote auf dem Markt sind knapp. Gerne würden sie das Haus aus- und umbauen, aber wem wollen die Meiers das Vorhaben anvertrauen? Die Antwort ist einfach. Stuckateurbetriebe der Fachgruppe Sanremo. Sanieren, Renovieren, Modernisieren haben sich auf den Ausbau von Bestandsimmobilien spezialisiert. Sie sind die Fachleute für schönes, gesundes und Komfortwohnen sowie energetisch optimierte Häuser. Ob es nun ein Wintergarten als weiteres Wohnzimmer, ein Ausbau des Dachgeschosses, eine Sanierung des Kellers, neue Fenster, ein neues Bad oder flexible Änderungen der Raumaufteilungen sein sollen, die Sanremo-Spezialisten wissen, wie es geht. Und durch gute Netzwerke und spezielles Know-how kann selbst die Fassadenrenovierung, eine Umdeckung des Daches oder die Neugestaltung der Außenanlagen von ihnen mit abgedeckt werden. Familie Meier findet im Internet unter www.mehr-als-rauprutz.de einen solchen Experten der Fachgruppe Sanremo und bucht gleich einen Beratungstermin. Schon bald berät dieser die Familie und unterbreitet interessante und bewährte Vorschläge. Während der Ausbauer das Angebot und die Pläne ausarbeitet, freut sich das Ehepaar Meier schon. Bald kann es losgehen. Das Angebot überzeugt und es trifft den Geschmack des Bauherren. Das Ehepaar Meier bekommt schließlich auch die technische Sicherheit und eine Festpreisgarantie und muss sich nicht um die Baustellenkoordination kümmern. Und so setzt das Ausbauunternehmen die Beauftragten arbeiten sauber um und kann nach einem zügig erfolgten Baufortschritt schon bald das fertige Objekt übergeben. Familie Meier ist glücklich. Sie freuen sich über die neu gewonnene Wohn- und Lebensqualität und empfehlen die besonders hohe Handwerksqualität der Sanremo-Experten gerne weiter. Vielen Dank. Vielen Dank.